Herzlich willkommen zum Master Smart Factory in der Vorlesung Compliance. Ich bin Simone Zeuchner, Professorin für Organisationsentwicklung, Change Management, Compliance und Rechnungswesen hier an unserer Hochschule. Ich bin Aufsichts- und Beiratsvorsitzende in vielen Familienunternehmen und beschäftige mich in der Praxis intensiv mit dem Thema Compliance. Compliance kann Ihnen also auch praktische Beispiele aus dem Berufsalltag rüberbringen. Unter Compliance wird die Einhaltung von Gesetzen und Regelungen betrachtet. Das hört sich etwas trocken an. Da werden Sie merken, dass das Thema, wenn man da mal einsteigt, aber trotzdem sehr spannend ist. Es geht um Korruption, Steuerhinterziehung, Diskriminierung, Geldwäsche, Risikomanagement und hat sehr viel mit dem Erfolg von Unternehmen zu tun. Das Ganze wird bereichert durch Gastvorträge aus der Praxis. Wir haben also Unternehmen schon da gehabt wie Microsoft, wie SAP, die uns dann entsprechend aus der Praxis berichten, wie Compliance im Unternehmen gelebt wird. Die Prüfungsleistung ist ein Referat, das Sie in einer Gruppenarbeit erbringen werden. Auch da haben wir immer wieder sehr spannende Themen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Das Ganze wird bereichert durch die Zusammenarbeit mit Ihnen.